hallo und herzlich willkommen bei koch mal schnell heute möchte ich euch meine kohl hack kartoffelsuppe vorstellen die ich mal wieder in minja foodie maximale super gericht gerade jetzt bei winter einbruch genau das richtige lecker und sättigend schaut euch an ich hoffe es gefällt euch alles liegt bereit was ich brauche für die leckere suppe ich nehme spitzkohl dazu rinderhack rapsöl kartoffeln zwiebeln rote paprika möhren außerdem petersilie stückige tomaten und rinder brühe zum würzen werden wir seien bald uleg nehmen tomatenmark kümmel geräuchertes paprikapulver und pfeffer und salz ich beginne mit dem kohl und der spitzkohl ist ein bisschen weicher als weißkohl und auch etwas besser zu verdauen finde ich und etwas milder und ich nehme zuerst den spitzkohl halbiere ihn und dann schneide ich aus dem spitzkohl den strunk raus hat man früher immer gemacht weil er etwas bitter war ich weiß gar nicht ob das heute noch so ist also ich mache es immer noch ich schneide den strunk hier raus aus den beiden hälften und entferne den und wenn ich das gemacht habe dann geht es auch ganz einfach weiter dann schneide ich diese hälfte jeweils erstmal in links den streifen dann schneide ich dann quer noch mal zu den streifen nicht zu kleine stücke denn die sollen ja hinterher auf dem löffel noch zu sehen sein der kohl geht noch ein bisschen zusammen das reicht die kartoffeln die schneide ich dann erst in scheiben und dann in streifen und dann schließlich in würfeln auch die nicht zu klein die gehen ein bisschen zusammen beim dampfen die möchte ich noch sehen und auch nachher im mund schmecken so sieht das aus die zwiebel ganz einfach zwiebeln und wenn ich die gepellt habe dann schneide ich die beiden zwiebeln wenn sie einfach in kleine stücke eine klassische technik die kennt ihr als nächstes kommt die paprika dann auch das geht zügig paprika einfach in kernen und würfeln da gibt es ja verschiedene methoden ich habe es heute mal so gemacht die größe reicht und die möhre muss man meines erachtens nicht schälen es reicht wenn ihr ein bisschen schraubt und wenn ich die möhre geschraubt habe dann schneide ich die in kleine stücke dazu halbiere ich zuerst die möhre vorsichtig schneidet euch nicht möhren sind nicht ganz ungefährlich sind ziemlich hart man kann da schnell abrutschen schneidet euch sonst eine basis auf die ihr die möhre legen könnt dann schneide ich die hälften noch mal in streifen und diese streifen kann ich dann in stücke schneiden und auch die soll nicht ganz so klein sein letzter akt hier petersie die wird gehackt und auf geht's an den topf so hier der ninja fu die max das ist ja der mit den beiden deckeln bei mir steht er noch auf er christ also heiß luft weil ich das meistens benutzer brauche ich natürlich jetzt nicht sondern ich will jetzt hier anbraten wir müssen also rüber nach links auf cso t also anbraten dazu nehmen wir diesen kleinen funktionsknopf und drehen einfach links rüber und schon sind wir da und da gibt es fünf stufen wir nehmen die höchste da gibt es keine temperatur einfach an machen höchste stufe anbraten los geht's deckel auf und jetzt gebe ich zuerst mein öl in den topf hier das ist kein olivenöl das ist ein rapsöl was ein bisschen höher erhitzbar ist ihr seht der topf macht schon richtig hitze da unten das britzelt schon und jetzt gebe ich zunächst mein rinderhack hier in den topf und das brate ich dann krümelig und wenn das krümelig ist dann er gebe ich als nächstes hier zu meinem hack die paprika und die zwiebeln das ganze rühre ich jetzt ein bisschen rühren müssen mischen müssen also erst mal zugeben ein bisschen mit anbraten hier in dem fett dass das rinderhack auch noch auslässt und wenn ich es gemacht habe dann vielleicht fünf minuten viel länger braucht er da gar nicht dann gebe ich als nächstes meine möhren dazu und das gleiche spiel wieder alles ein bisschen mischen und noch mal ein bisschen mit anbraten nächster schritt wenn ich die möhren hier gut gemischt habe dann kommen die kartoffeln dazu und ein gleiches spiel auch die gebe ich dazu und mische sie haben ein bisschen mehr stärke jetzt ruhig mal fünf minuten noch mal anbraten lassen die kartoffeln die binden auch jetzt schon so ein bisschen und wenn die kartoffeln hier gut gemischt und so ein bisschen heiß geworden sind dann kommt der kohl dazu und ihr seht das eine ganze menge das ist also ganz ordentlich was hier reingeht ich habe hier den großen ninja also hier alles an spitzkohl dazugeben das geht in den großen topf rein aber das ist knirschen also der topf ist wirklich voll dann erstmal ihr seht hier das ist die maximale grenze für druck kochen also nicht höher und die haben wir gerade gerissen fast ja der topf ist wirklich rappelvoll mehr geht eben auch nicht mehr rein aber wir nutzen den voll aus denn ich friere davon viel ein hinterher wenn ich die suppe fertig habe jetzt kommen die gewürze geräuchertes paprikapulver passt super kümmel würde ich immer nehmen schmeckt ihr wirklich hinterher nicht mehr ist aber gut für die verdauung sagen mal ulek und tomatenmark ja und jetzt kommt das was ihr glaube ich schon ein paar mal gehört habt heute mission 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 ja und das ist nicht impossible nein ihr könnt das einfach mission jetzt kommen die tomaten dazu die geben ein bisschen flüssigkeit und ein bisschen säure das ist wirklich wichtig als ergänzung und mission 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 ja wenn wir das alles gut durch gemischt haben hier dann sind wir auch schon fast fertig sind ja nicht mehr viel jetzt kommt unsere rinderbrühe und glaubt mir ich habe es genau ausgezirkelt die zwei liter die ich jetzt hier noch auf kippe die führen dazu in der kohl so ein bisschen zusammengegangen ist dass wir wirklich nahezu exakt hier eine punktlandung machen und nachdem wir noch gepfeffert haben hier und gesalzen habe ich nicht mehr die brühe war salzig genug haben auch dann wirklich fast genau die maximale füllmenge erreicht hier im linia fu die max mehr dürfen wir nicht reintun ihr seht hier also fast ganz genau perfekt ja jetzt kommt der letzte schritt denn jetzt geben wir den druck deckel dem pressure lid oben drüber und ihr wisst wie das geht da gibt es so eine markierung am topf und da gibt es eine am deckel die beiden diese pfeile müssen übereinander stehen und wenn ihr den pressure lid aufsetzt so dann könnt ihr ihn rechts rum zudrehen dann rastet der auch ein so jetzt brauchen wir ja nicht mehr anbraten jetzt müssen wir druck haben also wir wollen jetzt unter druck ein paar minuten das ganze garen also mit dem rädchen einfach nach oben fahren pressure high höchste stufe zehn minuten reicht auf geht's und denkt dran dass ihr das ventil aufs ziel hat also das ventil zu damit er auch druck aufbauen kann ja dann zieht er jetzt runter die zehn minuten er ist fertig dann lassen wir druck ab ich mache es händisch also ich mache mit dem löffel dann das ventil auf die andere seite legt den lappen drüber das geht schneller und dann können wir den deckel abheben vorsicht 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 da kommt noch heißer dampf raus nicht mit dem kop drüber also noch heißer dampf den deckel vorsichtig abheben und wow hat es geklappt ja meine suppe riecht ganz wunderbar ich löffel hier mal so ein paar kellen auf den teller riecht wirklich super sieht toll aus konsistenz ist genau richtig alles ist weich wahrscheinlich hätten auch fünf oder sechs minuten gereicht zehn waren gar nicht notwendig dann haben die sachen noch ein bisschen mehr bis also macht mal fünf oder sechs das reicht wohl jetzt garniere ich nur noch mit ein bisschen petersilie das ist alles was ich noch mache und ich kann euch sagen super lecker super sättigend wirklich soul food also super zum einfrieren auch ich denke es hat geklappt also meine hackkohl kartoffelsuppe im linia foodie max hat geklappt wenn es euch gefallen hat geht mir gerne daumen hoch und abonniert meinen kanal und ansonsten bis demnächst bei koch mal schnell